Einen schönen guten Morgen da draußen an alle, liebe Partner oder die, die es noch werden möchten. Ich habe mir ein kurzes Thema überlegt und zwar Ziele, Visionen. Welche Vision haben Sie denn? Wissen Sie, was mir damals sehr, sehr geholfen hat? Ich habe mir eine Zielcollage erstellt und die hatte ich mir in der Küche, an dem Ort, an dem ich mich am meisten befinde, aufgehangen und habe mir einfach aus dem Katalog oder aus dem Internet Dinge ausgedruckt oder ausgeschnitten, die mir wichtig waren, also sprich, mir ist es wichtig, unbedingt mein Traumhaus zu finden und mir ist es auch wichtig, mein Traumauto zu fahren. Wenn Sie Ihre Ziele nicht verwirklichen wollen oder können, dann machen Sie sich doch eine Zielcollage. Die hängen Sie dann genau dort unmittelbar auf, wo Sie sich jeden Tag sehen müssen und dann visualisieren Sie bitte Ihr Ziel. Denn das, was Sie denken, das kommt. Das ist wie eine Bestellung aus dem Katalog, aber die machen Sie nur einmal. Sie bestellen ja nicht fünfmal denselben Schrank oder fünfmal dasselbe Bett oder wie auch immer. Also verwirklichen Sie sich mal Ihr Traum und Ihre Träume, die Sie haben. Sei es die Zeit, die Sie mit Ihren Kindern oder mit Ihrer Familie verbringen möchten oder die Zeit für sich selber, das ist auch ganz wichtig. Aber verwirklichen Sie Ihre Träume, indem Sie auch Ihre Ziele anfokussieren, auch visualisieren. Und visualisieren ist immer so ein großzieniger Begriff. Deswegen machen Sie sich eine Zielcollage, machen Sie sich ein Visionsbrett, wo Sie all Ihre Träume und Ziele, die Sie in Ihrem Leben noch haben und verwirklichen möchten, auch erreichen. Und dann stehen Sie jeden Tag auch auf bitte und sind Sie mal dankbar gegenüber dem, was Sie haben. Wir haben so viele Menschen, die sind tagtäglich so undankbar und schätzen das gar nicht mehr, was wir alles haben. Wir vergessen zum Teil die Natur da draußen. Wir vergessen, dass die Bäume blühen und die Blumen auch. Wir vergessen eigentlich im Prinzip fast alles. Warum? Weil das Leben einfach viel zu hektisch geworden ist. Und da möchte ich Sie noch mal kurz daran erinnern, sind Sie mal ein bisschen dankbar. Ich habe es mir auch lange schwer getan, dankbar gegenüber meinem Leben zu sein, eben weil man auch mit dieser Gesellschaft so in Verbindung steht und dass alles immer schnelllebig ist und man oftmals unter Druck steht, unter Zeitdruck oder Zeitmangel oder Druck von einem Arbeitgeber. Aber sind Sie mal dankbar. Stehen Sie mal morgens auf und wenn Sie den ersten Fuß aus dem Bett genommen haben, sind Sie danke und sagen das auch dreimal bitte. Und glauben Sie mir, Sie werden an Ihr Ziel kommen, denn das, was Sie denken, das kommt. Und wenn Sie positiv denken, kommen Ihnen positive Dinge zurück. Das war schon immer so, das wusste damals Albert Einstein, Edison, wie auch immer, die haben es auch alle schon so gemacht. Und das ist nur so ein kleiner Anreiz zu dem, was ich Ihnen jetzt hier mitteilen möchte. Und wenn Sie weiterhin auf meiner YouTube-Seite sich einige Dinge und Videos anschauen werden, dann werden Sie vielleicht feststellen, dass ich auf dem absoluten optimalen Kurs bin. Das heißt, volle Kraft voraus für dieses Jahr 2014. Es wird das Highlight-Jahr 2014 geben. Ich bin total begeistert, motiviert bleibe ich immer. Ich stehe zu dem, was ich tue. Ich bin absolut 100% loyal. Und ich würde mich freuen, wenn Sie es auch sehen und wenn Sie einfach Ihre Ziele und Ihre Visionen, die Sie haben und auch Ihre Träume, die Sie haben, auch verwirklichen können. Wenn ich Ihnen dabei helfen kann, mache ich das sehr, sehr gerne. Sie werden im unten anstehenden Link dort meine Adresse auch finden. Schreiben Sie mir noch eine kurze Mail. Sie bekommen Infos zugesendet nochmal, wie können wir Ihre Ziele und Träume realisieren, verwirklichen. Und dann schauen wir mal. Wir machen uns einen Plan. Sind Sie einfach dabei und sind Sie auch mal offen für was anderes, offen für was Neues? Das ist ganz wichtig heutzutage. Ich habe erst heute Morgen in der Pressemitteilung im Radio gehört. 5000 Ausbildungsstellen blieben dieses Jahr leer. Wo sind die Azubis? Ich weiß es auch nicht. In einem Handwerksbereich scheint es wohl noch zu laufen.